Musik 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 Mit Opus 127 beginnt die letzte Phase seines Orgelschaffens. Es ist ein neuer, transparenter Rega. Musik Zehn Jahre sind vergangen zwischen den Fis-Moll-Variationen und der Passacaglia in E-Moll Opus 127. Zehn Jahre, in denen Rega keine Note für Orgel geschrieben hat. Stattdessen hat er sich sehr viel mit der Orchestermusik beschäftigt, nicht zuletzt als Hofkappelmeister in Meiningen. Und durch diese Beschäftigung mit der Orchestermusik scheint die Orgelmusik befreiter zu werden, gelöster. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020